Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. So, ich habe jetzt nicht so viel Platz. Viel zu viel Titanium und so ein Graffel und ähm... Ich werde jetzt einfach mal das bisschen, also zwei Portionen Wasser machen. Essen, Wasser, Lagern, Titanium lagern, was auch immer. Steigst du ein? Danke. Also alles mögliche, aber schnell und hurtig. Mh, da. So, haben wir noch Platz? Ja, Gott sei Dank. Wir haben Platz. Ich werde mal kurz den Säurepilz hier reinschmeißen. Und ganz schnell das Chlormittel machen und ganz schnell Wasser für uns, damit wir das runterzischen können. So, desinfiziertes Wasser. So, passt. Und ganz schnell trinken. Einmal und zweimal. Und auch ganz schnell kochen, weil dieser Bumerang-Fisch hält nicht mehr lange. So, passt. So, wie viel? Ja, 21 bringt er. Das passt. Gut, ich muss noch mal schnell runter. Ich muss noch ein bisschen Korallen farmen. Hier. Das passt schon mal. Weil da muss ich auch was mit nach Hause nehmen, dann in unsere Base. So. Und nochmal von vorn. Ja. Gut, zweimal geht's, weil mehr Salz habe ich nicht mit. Äh, desinfiziertes Wasser machen wir jetzt noch schnell. Weil, ich hoffe, das hat Platz. Passt. Wie viel Platz haben wir noch? Genug. Okay, zwei, drei, vier. Das nehmen wir mit. Salz habe ich jetzt alles verbraucht. Batterien wollte ich jetzt noch basteln. Genau. Für die Batterie. Kupfer, Erz, Säure, Pilz. Passt genau. Kann ich zwei Batterien herstellen. Ähm, machen wir das immer schön hintereinander, weil anders habe ich gerade nicht Platz. So, einmal Batterie. So. Und noch einmal. So. Und. Zack. Noch eine Batterie. Perfekt. Das hätten wir jetzt auch schon mal. So. Medikit kann man eins mitnehmen. Passt. Müsste man wieder, müsste derweil wieder gehen für eine geraume Zeit. So. Wasser haben wir, das passt. Metallschrott könnte ich noch, könnte ich noch verarbeiten. Bringt es wenigstens mal 4,4. Ich spare mir dadurch keinen Platz. Ich glaube, das passt momentan. So. Platsch. Oh ja, es ist wieder dunkel. Es ist wieder finster. Da würde ich sagen, packen wir gleich unseren Kleid da aus. Und fahren nach Hause. Was wollte ich jetzt noch scannen? Haben wir fertig. Das heißt, das eine Drum können wir bauen. Zwei können wir sogar bauen mittlerweile. Da werde ich gleich mal versuchen, wie so ein Scannerraum ausschaut. Wenn wir jetzt zurück sind. Würde ich mal meinen. Die eine Rettungskapsel müsste ich jetzt auch eigentlich suchen, oder? Mal so am Rande. Die siebte. Jetzt habe ich schon eine Base. Es wäre halt echt cool, wenn wir wirklich Überlebende finden könnten, die bei uns dann einfach wohnen. Andererseits wäre es wieder nicht so cool, wenn sie unsere Lebensmittel wegfressen. Andererseits wäre es wieder cool, wenn sie eine Kantine betreiben würden. Falls es sowas gibt. Ja. Also Pro und Contra, ne? Jetzt fahren wir. Jetzt schwimmen wir erstmal nach Hause. Tja, das ist ein ganz schönes Stück. Mal schauen, ob das nur unter Wasser funktioniert. Tatsächlich. Ein Land funktioniert jetzt nicht. Siehst du, da dreht sich's nicht. Ah. Da müssen wir abtauchen. Hui. Hui. So, ich brauche unbedingt so ein Flutlicht für außen. Irgendwann wird's soweit sein, dass ich unser Zuhause nicht mehr finde. Ich glaube, da lang. Das heißt, alles auch so finster und dunkel. Da ist es. Quarz hab ich jetzt auch vergessen mitzunehmen, ne? Weil ich schlau bin. Schlau, 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 schlau. So. Und einsteigen, bitte. So. So. Endlich wieder zu Hause. So. Was haben wir denn da? Die kann ich eigentlich auch bunkern. Weil das brauchen wir eh für... Dingsbums. Ja. Bill Wasser, bisschen Medikit. So. Apropos Medikit. Da ist auch wieder eins fertig. Nice. So. Und Quarz hab ich jetzt immer noch keins. Macht nix. Dafür Batterien. Äh, Metallschrott könnte ich eigentlich auch derweil mal verarbeiten und den mal bunkern. Das, äh, Titanium. So. Fisch. So. Das bunkern wir mal. So. Voll. Kann ich noch zwei solche Spins machen? Da könnte noch einer herpassen. Ja. Jo. Gut. Bauen. Ne? Wir können jetzt ja diesen Scannerraum bauen. Kupfer, Gold, Tisch, Korallenprobe. Ich muss nur mal nach außen schauen, wie das klappen könnte. Weil zur Not muss ich so ein... Jetzt haben wir hier das Fenster, ne? Der Außen haben wir das Rohr. Dann möchte ich das gerne hier in die Richtung bauen, weil hier wäre sonst das Fenster zu schade. Außer ich mache das Fenster wieder weg. Und baue das Fenster hier vorne hin. Das könnte ich auch machen. Ähm, dann könnte ich nämlich das hier hin bauen. Ne? So was. Dann könnte ich hier... Äh, hoppala. Ähm. Oder ja, warte. Na, ich glaube, da würde mir das schon gut gefallen. Oder eher hier rüber. Eher da. Und hier dann den Scannerraum. Falls möglich. Da ist er grün. Und wenn es zum Ankapseln sein soll, dann geht es nicht. Warum? Hä? Kommt er jetzt gerade nicht mit? Hä? Hä? Ich dachte, der... Äh... Ich dachte, er soll da hier hin? Oder ist der separat? Kann ja gar nicht separat sein, oder? 30 Sekunden. Ja. Ich weiß gerade nicht, warum es nicht funktioniert. Warte, ich muss kurz auftauchen. Tja. Luft, Luft, reine Luft. Blanchi, Blanchi. Warum zum Teufel klappt das nicht? Vielleicht ist das, weil da irgendwas... Ist da was im Weg? Passt du hier vorne besser? Warte mal. Vielleicht. Vielleicht. So. Vielleicht jetzt. Ist das schon zu nah am Boden, oder was? Hallo? Ähm... 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 Hallo? Hallo? Geht das nicht? Hä? Das geht irgendwie nicht. Warum? L-Segment. Das muss doch passen, oder? Warum geht das nicht? Oh, braucht das eventuell ein Fundament? Ortet, Ressourcen und Frags in Reichweite. Ja, und? Das ist ja schon gedacht, dass man seitlich reinkommt, oder? So, oben wird's wieder gehen. Ach so, ist das so ein Aufsatz? Hä? Echt? Echt? Ich dachte, man kann da seitlich reingehen. Das ist echt komisch. Ich glaub mir, dass das zum Betreten gedacht ist, oder schon? Hä? Hä? Okay. Keine Ahnung. Ich würde schon gerne mal probieren. Aber keine Ahnung, wie das am vernünftigsten ausschauen wird. Warte, dann bauen wir da... Was haben wir jetzt da für eins? E-Segment. Dann würde ich sagen, bauen wir da nochmal eins hin. Aber warte, machen wir uns dem vielleicht ein Glas? Ein Glasrödel. Hoppala. Das da. Und hier. Das da. Und jetzt von mir raus, da das jetzt ziemlich weit... Äh, hoppala. Da das jetzt ziemlich weit heraußen ist, können wir von mir aus da jetzt das drauf... Wenn sie unbedingt wollen. Von mir aus. Ich hab keine Ahnung, ob das so sein soll. Okay. Lassen wir das halt mal so. Ähm... Frische Luft. Ich könnte auch mal hier die Berge abschauen, ob hier drinnen vielleicht ein bisschen Quarz ist. Das wäre auch nicht schlecht, weil da gab es auch so ein Berg-Dingens. Ähm... Jetzt mal fürs Erste baue ich mal die Sachen hier. Glas fehlt hier. Okay. Da wäre so ein Glaselement drin. Brauche ich das? Brauche ich doch eigentlich nicht, oder? Dann mache ich lieber so eins hin. Ja. Würde ich schon eher so sagen. Und hier noch ein Glas von mir raus. So. Glas, Glas. Ja, das schaut schon besser aus, glaube ich. Und da vorne nochmal so ein normales Rohr. So. Circa in etwa. Dann können wir... Hoppala. Dann können wir wieder Fenster einbauen. Hier haben wir eh schon eins. Da können wir Fenster einbauen. Äh... Da können wir Fenster einbauen. Da haben wir eh schon eins. Hier hinten könnte man es verstärken. So. Und dafür da vorne. So. Und hier von mir raus nochmal so ein Ding dann ran. Und dann eine Luke rein. Zum Beispiel. Und hier könnte noch ein Fenster. Über dreimal halt Vollgas, ne? Und hier ein Fenster. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Gut. Wir brauchen jetzt für das Drum... Ich muss mal kurz rein. So ein Tisch... Korallenblabla. Müsste ich, glaube ich, noch da haben. Oder? Na, wie alles verbraucht. Gott sei Dank. Das heißt, diese Tischkoralle muss ich wieder sammeln gehen. Äh... Was habe ich jetzt noch gebraucht für den Schmarrn? Kupfer 2, Titanen... Dings habe ich. Genug. Gold brauche ich. Die Tischkorallenprobe. Die brauche ich noch. Ähm... Rest hätte ich eh da. Okay. Hoppala. Äh... Würdest du... Danke. Habe ich noch Metallschrott hier? Nein, das ist auch schon alles weg. Gut. Äh... Jo. Das heißt, Tischkorallenblabla und so weiter. Ach so, da hätten wir noch Einträge. Auch noch so viele, ne? Aufzeichnungen. Genau. Sind über. Sind über, er bietet Unterstützung. Signal, unbrauchbar, bla bla, Datenbank gespeichert. Ich finde, das ist einst der Oberfläche Schwamm. Äh, das da hier wäre, ne? Signal. Koordinaten beigefügt. Und die wären wo? Ah. Ah. Aha, Datenbank. Daten-Downloads. Ich glaube, das wird hier sein. Einheimisch. Lämst vom Code und Hinweis. Hier, da. Äh, ja. Rettungskapsel 7, Ursprung der Übertragung, weil die müssen wir ja auch mal retten, ne? Eigentlich, ähm, von der Rettungskapsel 7 wurde ein Notsegnal empfangen, aber die beigefügten Koordinaten sind unbrauchbar. Die letzten verfügbaren Bilddaten wurden gespeichert und analysiert. Besatzung meldete Probleme mit ihrem Bordfabrikator. In einem kargen Gebiet mit wenig ökologischer Aktivität auf 200 Meter gesunken. Oh mein Gott. Ursprung der Übertragung ungefähr 1 Kilometer südwestlich vom Heck der Aurora. Äh, ja. Wenn ich jetzt nicht schnell genug bin, sterben die? Wahrscheinlich, ne? Habe ich die schon? Rotgras bewachtem Gebiet. Natürliche Bögen Felsen. Bekannte Position der Rettungskapsel 4. Ich glaube, die hatten wir schon, oder? Nordwestlich. Oh, ich bin durstig. Moment mal kurz. So. Vital Signs stabilisieren. Ja, es war knapp. Ja, ich weiß schon. Äh, okay. Gut. Äh, was machen wir jetzt? Sollen wir die Leute retten? Aber ich glaube, das würde ich erst im nächsten Part machen wollen. Ich glaube, da wäre es noch gescheiter, wenn ich versuche, Quarz zu finden. Und noch das hier fertig zu bauen. Und vor allem diese, ähm, Tellerkoralle da. Ich glaube, ich ernte mal wieder was. So. Und futter mich gleich mal voll. Zack, 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 zack. Passt, jetzt sind wir wieder satt. Passt. Ich hatte gehofft, dass es hier in diesen Höhlen Quarz gibt. Es wäre nicht schlecht. Aber hier sind auch haufenweise kleiner Viecher, ne? Uh, au. Ich hasse dich. Ein Speer wäre da schon bald besser. So. Schiefer Stein wäre schon mal hier, aber so ein Quarz ist hier nach wie vor unerfindbar, ne? Oder wie? Okay, hier geht's mal tief runter. Aber nach wie vor. Kein Anzeichen. Oh, das hatte ich schon. Ja. Kein Anzeichen. Scheibenkoralle. Okay, ich kann das aber nicht ernten. Konnte ich das jetzt schon scannen? Ja. Das ist komisch. Das ist richtig komisch. Hm. Ich dachte nämlich, ich könnte hier Quarz finden. Da lag ich wohl falsch. Das ist zwar eine schöne, eine schöne Höhle, aber geben tut's da nicht wirklich was. Wir hätten auch hier können, unsere Basis bauen, aber das ist schon fast umständlich. Na gut. Dann scheint es mir so, als wenn es auch hier kein Quarz geben würde. Oh, was sind meine entzündeten Augen. Eine violette Tafel. Die nehmen wir doch gleich mal mit, oder? So. Boah, da geht's tief runter. Ich glaube, so wie es ausschaut, müsste hier auch irgendetwas hausen. Und die Frage ist, kommen wir hier jemals wieder raus? Ja. In der Tat. Okay. Quarz gibt's hier keinen. Und würde ich sagen, können wir ja auch gleich wieder rauslaufen, ne? So. Da haben wir kein Glück. Wir nix haben Glück, leider. Was ist das da oben? Ah. Ein Viech. Ich dachte schon, da umhängt jetzt eins. Nix da. Gut. Dann werden wir halt müssen bei unserer Rettungskapsel wahrscheinlich versuchen, fündig zu werden. Und zu hoffen, dass wir da Quarz finden. Und wir müssen sowieso theoretisch zurück, weil diese Della-Korallen gibt's scheinbar eh nur dort. Und dann würde ich sagen, äh, habe ich irgendwas, ja, das mit dem Essen, das könnte ich noch hier reinschmeißen. Äh, jetzt habe ich es weggefressen. So, eines. Tun wir rein, weil ich war eh ein bisschen hungrig und durstig. Dann würde ich sagen, lassen wir das so. Ja, und ich würde sagen, der ist auch fertig. Ich würde sagen, das ist halt ein bisschen ungut alles, aber... Es ist ja aber schuld, wenn ich so viele Fenster baue, ne? Warum ist das hier so finster, so finster, so finster? Muss das denn wirklich sein? Das kann... Das ist doch unglaublich. Ich kann nicht singen. Ja, ich würde sagen, ich mache mich mal auf den Weg zurück zur Rettungskapsel. Weil ich fürchte... Also ich fürchte Quarz oder so, finde ich hier sowieso nicht. Ich befürchte, es ist gebietsabhängig sogar. Was gar nicht so schön ist. Ja, was soll man machen? Ich könnte es zwar nochmal hier probieren. Aber es schaut nicht gut aus. Es schaut ganz und gar nicht gut aus. Bei diesen Rotgras-Dingsbums gab es ja noch ein bisschen was. An Quarz, aber halt bei weitem nicht das, was wir brauchen, ne? Die Menge. Warte, da gibt es was zum Scannen. Zack. Für mehr Titanium. Ah, da habe ich echter Pech. Oh, was haben wir denn hier? Metallschrott. Salz hätten wir hier in der Gegend mehr als genug, Gott sei Dank. Dafür schaut es halt mit dem Quarz übel aus. So, nochmal auftauchen. Der Part ist eh gleich vorbei. Ja, ja, ist schon gut. Ich hole schon Luft. Nur kein Stress. Das Heck eines Schiffes ist da hinten, oder? Und vom Heck aus, soll man, wie ging das? 200 oder 400 Meter wegschwimmen? Ich möchte natürlich auch die Insassen von der Rettungskapsel gerne retten. Das wäre schon super. Auch wenn die verdammt tief unterm Meer sind, ne? Wahrscheinlich da unten irgendwo. Da gibt es halt schon wieder Sachen zum Scannen, ne? Also, fertig wird man hier nicht wirklich. Kreaturenei. Ich glaube, da haben wir schon mal gescannt, ne? 30 Sekunden. Da brauchen wir wieder Luft. Und ich glaube, da hinten, unten, irgendwo, kann ich mir gut vorstellen, dass die eingeschaut haben. So. Ja, ich bin schon unterwegs. Und dann beenden wir mal den Partner. Würde ich sagen. Flutsch. Ja, ja, träg dich ab. Das Heck wäre da hinten noch. Noch ein Stück. Und von da aus, wie ging das? Vom Heck aus. Ich finde, jetzt werden wir gesunken. Ein Kilometer südwestlich vom Heck der Aurora. Norden, Süden, Osten, Westen, Südwestlich. Da in die Richtung dann. Ja, war ja gar nicht so schlecht gewesen. Ein Kilometer? Na, gute Nacht. Das machen wir das nächste Mal. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.